Herzlich willkommen, mein Name ist Laura Steppuhln von der Firma Rehau. Wir sind hier auf dem Stand von Let's Be Smart auch dieses Jahr wieder mit dabei. Wir präsentieren dieses Jahr ein Badezimmer, kommen ja eigentlich aus dem Bereich Kante, haben uns dann aber über die Oberfläche hin entwickelt und zeigen dieses Jahr unsere intelligente Steuerungstechnik im Bereich der Dusche. Früher war das Badezimmer ein Raum der reinen Körperhygiene oder der Körperreinigung. Heute verwandeln sich die Badezimmer immer mehr in Wohlfühloasen. Auch den Trend haben wir bei Rehau erkannt. Wir haben unsere Oberflächen intelligent ausgestattet. Wenn man sie so sieht, ist die Oberfläche wirklich ein cleanes Design. Nichts stört dieses Design. Wenn ich mich dann aber mit der Hand nähere, dann sehe ich schon, dass das Bedienpanel erscheint. Hier kann ich dann morgens beispielsweise die Farbe Grün auswählen, wenn ich einfach Energie brauche für den Tag, aber auch die Farbe Blau. Wenn ich dann abends runterkommen möchte, ich möchte entspannen nach einem harten Arbeitstag. Ich kann dann auch die Lichthelligkeit einstellen. Wenn ich es ein bisschen heller haben möchte und strahlend haben möchte, drehe ich die Helligkeit hoch. Wenn ich aber sage, nein, ich möchte es eher dimmen, drehe ich dementsprechend die Helligkeit runter. Das Ganze ist natürlich bedienbar mit nassen Fingern. Also auch hier kann ich die Steuerung unter der Dusche bedienen. Hinter mir sieht man unseren Rauvisio Crystal Mirror. Der Rauvisio Crystal Mirror ist ein Polymerer Spiegel. Bedeutet, ich kann ihn auf der Baustelle individuell mit Holzwerkzeugen zuschneiden, wie ich ihn gerne haben möchte. Auch dieser Mirror hat unsere Lichttechnologie integriert und die Smart Sense Steuerung. Wenn ich also hier schön mit meiner Hand entlangslide, kann ich die Farben individuell anpassen. Durch Touchen kann ich auch den Modus wechseln. Hier sieht man unseren Diamond Modus, also wirklich diese kleinen Sternchen, die funkeln, die ich natürlich auch hier wieder individuell in der Farbe anpassen kann. Smart Sense wurde dieses Jahr von Archi Products in die Design Collection 2019 aufgenommen und hiermit endet unsere Rundtour von Rehau für den Stand Let's Be Smart. Vielen Dank.